Hallo, herzlich willkommen wieder zu meinem Video. Ich bin wieder euer Lino und ihr fragt euch bestimmt, was das hier unten ist. Das ist Bilou Schaub. Ich habe einmal Slushy Apple, Vanille Cake Pop und Happy Spring. Jetzt kommen 5 Bilou Pranks. Jetzt geht's los mit dem Video. Ich mache Bilou Schaub und lasse das Tür klingen. Lino, wollen wir jetzt das Video machen? Ja. Eeeh, ach nö. Geflinkt! Ey, das war gerade richtig fies von dir. High five! Also Leute, ich habe jetzt nicht noch das Kamera, weil ich jetzt ihn auch brücken werde, wegen dem Pranks, was er gemacht hat. Er schläft gerade. Und jetzt werden wir ihn mit Bilou im Gesicht aufwecken. Also, bis gleich. Und jetzt ist Bilou. Ich habe mir den Arm nicht auf. Überraschung! It's a prank! Lothar denkt, die drehen später das Video weiter. Ich werde Lothar jetzt pranken, weil sie mich ja gerade eben geprankt habe. Dafür will ich sie büßen. Lothar! Ja, riech mal in den Bilou Schaum hier! Hast du das mal für später? Ja, was ist das? Hey Leute, ich bin gerade in Linos Zimmer. Und wir wollten uns ja immer wieder pranken, aber ihr weiß halt nicht wann. Und jetzt werde ich ihn gleich wieder in sein Zimmer kommt, eine volle Ladung Bilou ins Gesicht oder so sprühen. Und ja, ich hoffe, er kommt jetzt bald. Weil eigentlich sollte er hochkommen. Ja, danke, dass ihr zugeguckt habt. Das Video ist jetzt leider auch schon wieder vorbei. Ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen unterhalten. Willst du noch was sagen? Lasst uns nochmal... Ah, ein Daumen nach oben oder ein Abo da. Und Dino? Okay, okay.